Wie geht es dir heute? Heute geht es mir richtig gut, keine Schmerzen, ich muss keine Schmerzmittel dafür nehmen und ich fühle mich richtig wohl in meiner Haut. War das mal anders? Ja, da gab es Phasen, die waren extrem heftig, also mit vielen Phantomschmerzen, die meine Lebensqualität massiv eingeschränkt haben. Vor allen Dingen im beruflichen Bereich, ja okay, Privat ist genauso wichtig, aber gerade im beruflichen Bereich, da war für mich einfach wichtig, auch wieder nach meinem Unfall ins Leben zurückzukommen und da waren Phantomschmerzen natürlich nicht schön, also sehr unangenehm. Welche Erfahrungen hast du gemacht bei der Nutzung von Routine? Ja, die erste Erfahrung ist, dass die Phantomschmerzen weniger werden und eine andere Erfahrung, die ich gar nicht mehr missen möchte, ist, dass ich ein anderes Gefühl zu meinem Körper bekommen habe und zu dem Menschsein mit einem Handicap, mit einem fehlenden Bein.